Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der Galgenberg vom lieben Jovi. Ja, ihr seht's, wir sind grad hier in Dünge-Modus. Deswegen haben wir das Moped, ja? Ich mache grad noch ein, zwei Dünge-Missionchen, ne? Damit ihr das mal abvollziehen könnt. Hab ich eben nicht ausgemacht. Ich weiß nicht, warum das Soja dünnt. Ich dachte, das Soja wird nicht gedünnt. Weißegal. Ja. Okay, ne? War hier auch noch gerade. Dann haben wir den Dünger auf jeden Fall schon mal wieder raus. Das ist gut. Und unser Porsche hat so einen ersten Einsatz, ne? Wir fahren hier jetzt. Porsche. Porsche. Cool, ey. Ich freu mich irgendwie. Schon eine coole Sache, ne? Dann müssen wir gleich die Maschinen rüberfahren. Ist aus, ne? Okay, der Sound, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da müssen die Junks von FBM noch dran arbeiten, aber sonst stopp mal weg. So. 46 und 49, wie ist das denn? Ne, das ist so ganz oben. Ne, 49 ist so, ne? Ne, wir müssen jetzt die andere Mission machen. Ne, lass mal erst. Wir schließen die Düngermission eben ab. Was wollt ihr kommen, ne? Wir gehen eben hier und machen erstmal die Mähmission. Wir haben zwei Missionen jetzt schon mal. Ja, das läuft jetzt mal, ne? Boah, das ist aber auch mal mit dem flugend, ne? Wir müssen jetzt die andere Mission machen. Sag mal, Kollegeis, Vorsicht! Lass die Sven-I-Main vorbei. Ich hab einen älteren Schlepper. Ich darf vorfahren. Der Düngerstreuer... ...Porsche sind ein Stissi. Dann kann ich sagen... Dann kann keiner sagen, wir haben hier noch nichts geleistet mit einem Schlepper und einem Düngerstreuer. Das ist doch nicht der neumodischste Kiste, er wäre der Dreich für uns. Können wir nochmal Dünger kaufen? Obwohl, der geht ja vorne hoch, ne? Warum wusste ich, dass der Schwab einfach weiterfällt? Hier ist Hunse! Top Moped Helgelein! Siehst du das? Helgelein, Helgelein, ne? Wieso haben wir denn nur einen Schlepper gekriegt? Was ist das denn diesmal für ne Volksverarschung? Okay. Irgendwann nachher den Ballenbeglein in der Borsche. Ist ja kein Problem, ne? Wir haben schick Mähwecke gekriegt, ne? Sagen wir, wie es ist. Wir sollen doch hier nur schworden. Kein Problem für uns. Wir sind ja Profis. Ich fahre mal ganze Zeugen fixen rüber hier. Jetzt zieht ihr hier den Schworder. Guck mal, ey. Das läuft. Echt? Ich finde unseren Porsche gar nicht so schlecht, du. Hier Sound, ja. Kann man drüber streiten, aber da muss man nicht. Schon wieder Waldreffer. Kein Problem für uns. Jetzt weiß ich, warum das so viel Geld gibt. Oh, gezungenes Meerweg, ne? Puh. Egal. Gibt Geld. Abflug. Abflug. 83 war da hinten irgendwo, ne? Lassen wir eben ein Kückerchen machen. 83. 83 war hier hinten da. Ja, wir ballern hier raus und müssen dann irgendwann da ab und dann da ganz hinten. Alles klar. Abflug. Die fährt wie einfach so rein. Chikram, chikram, ne? Dich fick du. Der erste eigene Schlipber. Guck mal, der Nachbar, der hat gar nichts gesagt, dass wir hier so elefantisch abgedroschen haben. Nicht mal ein Dankeschön oder so, weißt du? Und da haben wir uns so viel Mühe gegeben. Nichts. Nichts. Der Nachbar Yogi, der, guck mal, der wohnt da. Seine Schlepperz und so. Ist schon schick hier, ne? Da kannst du was draus machen. Sagen wir, wie es ist. Irgendwie müssen wir hier auch gleich mal abtüren. Wahrscheinlich mussten wir schon ab oder so. Wollen wir mal eben hier so rein? Seht ihr bei der Schwab? Wir müssen hier irgendwo lang, glaube ich. Richtig? Ne, wir müssen noch weiter, aber wir müssen noch rein in den Feldweg. Ich bin verwirrt. Ne, wir können hier lang fahren. Vorher ist alle am Ende. Klappt euch außen Ende. Wir haben eulig. Hier müssen wir nämlich eben fix ein Mähchen machen. Sicher gehört mir die Fläche hier, du Bienenpflücker. Zum Mähen gehört die mir. Nehm die Büschkes weg. Oh, da gibt es aber auch noch nicht die Lage, du. Dann sag ich dir. Aber kein Problem. Muck wie alle eben fix. Hör mal Zeit. Uns hitzt hier keine. Wir haben unseren ehesten Schlepper. Was willst du mehr? Jetzt können wir auf einen eigenen Hof hinarbeiten. Ja, das ist das nächste Ziel. Der eigene Hof. Dass wir das Zeug da auch hinstellen können. Unsere Ballen mal rüberfahren können. Da müssen wir aber lange für strecken, bis wir den haben. Aber das ist ja kein Problem. Wird ein Problem, aber kriegen wir hin. Wir können auch mal Düngermission zwischendurch fahren. Was wahrscheinlich später eigentlich nur noch lukrativ sein wird. Rolf, Jego, Rho, Weiß, Jego. Lass uns mal gucken. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir haben gar keinen Kopf drum. Der Abflug. Der Abflug. Irgendwann. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich habe Häusle. Bauer, gebe Gas und beeile dich. Das ist bestimmt ein Kunde. Zählen wir der Platz. so ist das in den hohen wir schon die lage arbeiten wir gerade für wenn es klappt wie es klappen soll immer so viel stehen lässt die schiffen gezogenen ist ja ohne wird stehen den morgen er hat von mir ist glaube ich ein bisschen zu groß Da kannst du gar nichts mit anführen. Oh mein Gott, macht auch so einen Job, ne? Da wird's viel stehen müssen, ne? Hier ist echt viel. Hm. Das ist safe, danke. So, hier haben wir auch mal reingestocken, ne? Jetzt geht das mehr mit Runtermärchen, hier auch Runtermärchen. Absolut. Entschuldigung. Wir tun die Messe wieder. Nichts passiert. Alle dämmen. Ich würde da nicht glauben, ne? Unter der Silage brauchen wir auch nicht so hochheben, ne? Wir können es auch mal so nähen. So, wir sehen uns einfach, wie es ist. Das läuft. Mir können wir dann leider gerade nichts zu sagen. So, wir haben den Schuh ausgehoben. Ja. Opsie. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Nicht ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.